Ich hab gewohnt, er hat mich gewohnt, dass wir ein paar Tage auf der Kofferfondage in der Grüße sind und die Kofferfondage sind. Ich hab mich aus dem Kofferfondage gesehen, und da habe ich auch alle die Kofferfondage gesehen. Ich habe die Kofferfondage gesehen, und das habe ich auch schon von mir gearbeitet. Ich habe meine Kamera im Kofferfondage gesehen. Möge! Ja, ich hoffe, dass ich jetzt in Dekrit und ich mache das Klöden. Ich weiß nicht, dass ich hier auch nicht allesofürisch mache. Und dann ja, ich möchte mich nicht bemerken, ich möchte mich nicht auf dem Kopf sprechen, ich möchte mich darauf nicht vergeben zu. Ich möchte die Kürze anderen nicht einfach sagen, das war super toll, ich möchte auch nicht mal kolommen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.